Moin Leute und hier nochmals zu einem neuen Video von mir. Hier geht es diesmal um die alten Lego Technik Sets. Ich habe vier Stück, die habe ich alle mal recht relativ günstig auf Ebay ersteigert. Ich habe glaube ich für das 5€ bezahlt, für das 10€ bezahlt und für das habe ich 1€ bezahlt. Für das habe ich damals mal zu Nikolaus bekommen, das habe ich auf Ebay Kleinzeigen gekauft. Und ich würde jetzt mal anfangen mit diesem Set hier. Vorstellen tue ich, ich zeige euch das Alter, ich zeige euch die Sets, ich liebe halt diese Sets, die habe ich gekauft, weil ich die halt einfach liebe, weil die haben alle diesen Aufklappdeckel und ich liebe diese Sets mit diesem Aufklappdeckel, wo man dann diese Plastikeinlage sieht und wo man dann die ganzen Teile drunter sieht. Ich liebe diese Sets, ich habe irgendwie voll die Liebe dazu wieder empfunden und jetzt zeige ich hiermit an. Das war mein erstes Set, die 8072, äh ne 872 von dem Jahre, ja da muss ich mal gerade schauen. Ich sage euch das hier, das ist das Jahr 1978. Von 1978 ist das und das ist noch mit Koordinalkarton in einem Top-Zustand und jetzt zeige ich es euch jetzt mal. Hier hinten drin hat es zwar leider eine Beschädigung, aber hier von innen ist das komplett aufgeräumt. Also hier noch der Plastikeinlageboden, auch noch da. Auch noch super Zustand, auch die Teile hier, Ketten, dann war hier, das war das, äh, Differenz, also das hier war das Getriebe, das war das Getriebeset, hier sieht man die Teile alle. Das ist das Getriebeteil, dann hat man hier den, äh, Getriebeblock, hat man hier noch. Ähm, da müsste auch gleich irgendwo noch ein Bild sein mit dem Übersetzungsteilverhältnis. Äh, leider habe ich dazu kein Blatt mehr, aber, ähm, ja, das ist dann das Gehäuse davon, wo man das Teil dann hier reinmachen kann. Und, ähm, ja, hier sind halt noch ein paar Zahnräder dabei, noch ein paar Technikbricks, hier sind auch noch ein paar Stangen dabei, ein paar Stopper, halt alles so für so ein bisschen zu bauen und so Getriebe, äh, Getriebekasten halt einfach. Ähm, ja, ist auch relativ teuer geworden jetzt in der Zeit. Dazu gehört noch die 8, äh, 8700 gehört noch dazu, das ist der Motorkasten und die, äh, 880 gehört noch dabei. Aber alles relativ teure Sets, das hier war, habe ich mir da was günstig gekriegt. Ähm, ich bin noch an den anderen Sets dran, allerdings, äh, glaube ich noch nicht, dass ich die bekomme, weil die sind relativ teuer. Aber, ähm, ja, dann fangen wir mit der 8020 an, einem kleinen, äh, auch einem kleinen Kasten. Ähm, ähm, ja, das ist aus dem Jahre, ähm, ja, das ist aus dem Jahre 1984, also auch sehr, sehr alt schon. Ähm, auch wieder zum Aufklappen, ein tadelloser Zustand. Für 1 Euro habe ich das auf Ebay kleiner, auf Ebay ersteigert. Also, ein Schnäppchen hochzählen. Ähm, dann war hier drin, das war, ist hier, wie gesagt, das war ich liebe. Also, Top-Zustand, ich kann nichts bemängeln an diesem Set, das ist schon so alt und so guter Zustand. Was jeglich fehlt, ist leider die Anleitung. Die Anleitung fehlt mir zu diesem Set, die hätte ich auch mal damals noch kaufen können, für 1 Euro ersteigern können. Aber ich wusste jetzt nicht, ob in diesem Set auch eine Anleitung dabei ist. Und deswegen habe ich sie nicht gekauft. Mann, ich ärgere mich. Aber die wird schon nochmal reinkommen. Also, ich habe das Set jetzt vervollständigt, es ist vollständig, das Set. Also, hier sieht man zwei Nützen die Teile. Allerdings kann man hier das Ganze aufmachen. Und dann kann man die ganzen Teile hier rausziehen. Ist so ein Plastikeinlageboden. Achtung, ich zeige es euch mal gerade. So, ist ein Plastikeinlageboden. Hier kommen die Technikbricks rein. Das habe ich auch alles geguckt, dass das alles original einsortiert ist. Hier kommen noch Zahnräder rein. Hier haben wir noch Teile drin, Technikbricks alte. Halt alles mögliche, aber auch ein sehr, sehr schönes Set. Ich muss noch gucken, dass ich die Anleitung irgendwie bekomme. Das fehlt mir wirklich noch zu diesem Set. Aber ich werde hier sicher nachts auftreiben können. Und dann ist das Set komplett vollständig. Und, ähm, ja. Also, Bauern kann man, wie gesagt, hier sieht man noch, da hat Lego damals alles noch mit kleinen Kindern nachgestellt. Hier kann man so ein Auto bauen, also hier so ein Flugzeug oder sowas. Ich weiß nicht, was das sein soll. Hier noch so ein anderes kleines Auto. Hier noch so ein, das sieht aus für mich wie so ein Signal. Dann, äh, kleinen Helikopter, ein kleines Auto. Hier noch so ein kleines Auto. Noch ein kleines Windrad kann man bauen. Ähm, hier noch die Highlights von der Rückseite. Noch ein kleines Windrad, das Auto und noch ein kleiner Schiebe-Bulldozer. Noch ein Getriebe kann man hier noch bauen. Das sind so, äh, das sind halt so die Highlights von der Rückseite. Von dem Motorkasten gibt es natürlich auch noch Highlights von der Rückseite. Das ist einmal hier sowas. Kann man halt natürlich aus dem Kasten nicht bauen, aber das ist halt so Anregung, was man daraus bauen könnte. Dann haben wir das jetzt auch durch. Dann machen wir es mit dem nächsten weiter, wo ich es auch für 10 Euro ersteigert habe. Auch ein sehr, sehr schönes Set. Das ist die 8035 aus dem Jahre 1986. Also auch schon sehr, sehr alt, aber auch Top-Zustand. Dann hier von innen, also mega geil. Das ist der ganze Inhalt. Natürlich mit Anleitung. Die Anleitung war dabei. Das hätte auch vollständig für den Preis. Das hätte habe ich übrigens doppelt, aber nicht nochmal in der Verpackung, sondern noch aufgebaut. Also wenn da jemand noch ein Interesse hätte, ich habe das halt noch einmal doppelt mit Anleitung, aber ohne Karton. Also wenn da dran ein Interesse hat, habe ich auch noch zu verkaufen. Dann hier, wie gesagt, nochmal die Highlights von der Innenseite. Hier muss man natürlich sagen von der Innenseite, weil das ist ja die Innenseite. Natürlich auch sehr schön. Das kann man natürlich alles aus dem Kasten bauen. Das geht natürlich alles. Dann zeige ich euch jetzt mal die Highlights von den Teilen und die Anleitung. So, also hier 1A Einlageboden. Der hat Plastik-Perfekt-Zustand. Dann kann man das hier so rausholen. Dann hat man hier die Anleitung. Dann hat man hier so die Anleitung. Auch Top-Zustand. Also hier kann man natürlich alles schön bauen. Das sind natürlich die alten, also da geht richtig was voran. Dann haben wir hier noch ein anderes Heftchen. Ach, das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen, das hier. Das ist sogar neu für mich. Ähm, ich glaube, das ist ein uralter Katalog. Yep, das ist noch ein uralter Katalog. Hier sieht man dieses schöne Set. Das fehlt mir leider noch. Das habe ich. Ähm. Das Set fehlt mir auch noch. Also damals gab es definitiv noch jede Menge Sets. Ähm. Ja. Fehlt mir, wie gesagt, alles noch. Der Bagger sieht auch sicher cool aus. Den muss ich auch mal irgendwie auftreiben, dass ich ihn euch vorstellen kann. Oder Traktor hier. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe drüben noch einen alten Traktor. Aber, ähm, ja. Hier, wie gesagt, den Kasten habe ich. Den bräuchte ich noch. Und den bräuchte ich auch noch. Den gab es mal. Den hatte der andere, den Anbieter auch drin. Allerdings hat der den schnell verkauft, als ich fragen konnte. Ähm, ja. Ihr werdet jetzt sicher sehr viele Leute, die die Sets erkennen, weil die sicher auch sehr viele aus dem Jahr sind. Und, äh, sicher hier die Herzchen höher schlagen. Wenn man allein das hier sieht. Die graue Ära. Sehr schöne Eisenbahn. Die muss ich noch aufreiben. Ich habe die blaue Ära am Tausch. Hier noch die, ähm, Space haben wir hier noch. Dann haben wir hier noch, äh, Ritter. Sehr beliebt. Und, äh, hier noch ein bisschen City, Feuerwehr. Und Police, Police, Polizei. Dann haben wir hier noch so, äh, ja. Ja, also, ein uralter Katalog. Jetzt wusste ich gar nicht mehr, dass der mit drin ist. Ist mir kalt aufgefallen. Hier, das ist definitiv alles noch dicke Pappe. Das ist das Rote, das ist nochmal ein Einlageboden. Also, das ist nochmal, nochmal eingelegt. Dann machen wir das Ganze wieder hier rein. So. Natürlich wieder ganz vorsichtig alles. Aber das kann ich gerade, das mache ich nachher, am Ende des Tages nochmal rein. Aber mag ich euch, ja, jetzt stelle ich euch erstmal das nächste Set vor. Ähm, also noch die Highlights der Rückseite. Das sind wie gesagt hier noch so kleine Autos. Ja. Und dann das letzte Set. Dafür habe ich, glaube ich, knapp 5 Euro oder 10 Euro auf Ebay ersteigert. Habe ich es dafür bekommen natürlich. Einen alten Motorkasten. Also, mega geil. Natürlich zum Aufklappen. Ähm, hier fehlt mir leider der Plastikeinlageboden. Das Set hat auch schon eine Beschädigung. Aber das geht natürlich noch klar. Ähm, ich habe euch vergessen, das Alter zu sagen. Äh, das Set ist aus dem Jahre... Boah. Aus dem Jahre 1990 ist das. Aus dem Jahre 1990. Hier sind, das ist leider nicht die Anleitung. Also, die Anleitung zu dem Set fehlt mir leider auch. Aber, ähm, ja. Uäh. Ich reiße das halbe Set wieder auseinander. Aber ich habe wenigstens auch das Originalkabel dazu. Aber jetzt möchte ich euch mal gerade kurz in die andere Hand holen, damit ich das Set gerade mal auspacken kann. So, dann zeige ich euch das Set direkt mal. So, hier kann ich euch das Set direkt wieder zeigen. Ähm, so. Also, hier ist einmal nochmal ein Lego-Katalog drin, mit dem... Das Set baue ich übrigens jetzt derzeit. Das kann ich euch auch die Tage vorstellen. Oder, äh, nächste Woche oder die Wochen kann ich euch das auch noch vorstellen, weil das baue ich für mich gerade derzeit. Ähm, dann haben wir hier... Den kann ich euch auch noch vorstellen. Den habe ich auch noch da. Hier ist wie gesagt der Customs-LKW. Äh, der LKW fehlt mir noch. Der ist relativ geil. Das Auto da unten. Ah ja. Ist halt so mein Thema. Dieses Set bekomme ich aktuell. Das ist auf dem Weg zu mir. Das... Da könnt ihr euch auch freuen. Das werde ich natürlich auch vorstellen. Also, äh... Das wird natürlich auch vorgestellt. Das Set kommt derzeit. Also, die Teile an sich kommen morgen. Ähm, mit dem Paket und, ähm, mit einer Anleitung. Und, äh, dieses Teil, das Steuerelement, das muss ich noch bezahlen. Und dann wird das auch weggeschickt. Also, dürfte das dann übernächste Woche alles... Also, nächste Woche alles da sein. Und da kann ich euch das vorstellen. Und das passt. Hier ist wie gesagt das Set, was ich euch gerade vorstelle. Das ist doch das hier. Ja. Das ist das Set. Mit dem Motor-Erweiterungskasten. Dann haben wir hier noch einen uralten Bagger. Noch so einen Kranabschlepper. Auch ein sehr schönes altes Set. Äh, noch einen alten Helikopter. So, jetzt soll ich jetzt sagen, kann ich euch leider nicht vorstellen. Die habe ich leider nicht da. Äh, noch ein uralter Bagger. Äh, Gabelstapler. Noch ein Flugzeug. Und sowas hier. Ein Riesenauto. Kann ich euch das alles, wie gesagt, nicht vorstellen, weil ich die Sets alle nicht da habe. Außer das Set. Das habe ich da. Äh, Karton auch. Und Anleitung auch. Ähm, das Set habe ich noch nicht da. Das habe ich auch nicht da. Das Set habe ich noch da. Das habe ich auch auf Ebay gekauft. Und das Set habe ich auch noch da. Und das, wie gesagt. Das kann ich euch auch noch vorstellen, wenn ihr das sehen wollt. Und dann, ähm, ja. Hier ist wenigstens. Hier ist, äh, hier sind noch Lego Technik Figuren. Und hier. Ach, das ist der Kasten, wo ich habe gerade. Wo ich euch gerade vorstelle. Das ist der Kasten. Ähm, ja. Das sind halt so die. Das ist noch ein uralter Katalog. Und dann, das, was ich richtig geil fand damals. Hier. Wenn man das, wenn das Lego heute dieses Jahr noch immer noch hätte. Oder immer noch hätte. Hier, Ersatzteilebestellungen. Hier steht sogar die Preise. Ich bin alle noch hier mit D-Mark drauf. Uha, Alter. Und was das richtig geilste dabei ist. Ist, Leute. Man kann einfach, man konnte damals Mono LG nachkaufen. Für 9,85 D-Mark. Richtig geil. Und richtig günstig vor allem. Hier, der Motor. Der hatte damals. Hat er 57,55 D-Mark gekostet. Alter. Dieses Jahr. Ähm, der kostet ja 80 Euro. Oder noch mehr. Ähm, ja. Hier, wie gesagt. Hier, D-Mark, äh, 13,10. Hat er so eine Platte gekostet, D-Mark. Also, sehr, sehr cool. Ähm, Platten hatten damals 13,10 D-Mark gekostet. Also, ähm, 6. Ja, um die 6 Euro. Hier, das Teil habe ich ja auch in dem Set. Das Base-Set kann ich euch auch noch vorstellen. Habe ich auch noch da hinten. Dieses Teil hatte dann damals, äh, hier 5, äh, 5,10 D-Mark gekostet. Also, 5,10 Cent. Äh, 5. So, ja. Hier noch, wie gesagt, so eine Pappe für 4,50 D-Mark. Und, äh, ja, da konnte man damals alles nachbestellen. Auch cool, dass dieses Teil noch dabei ist, weil, äh, ja, das gibt es halt auch selten noch. Das ist halt selten noch dabei. Aber, äh, Mono-Rail-Gene an sich kannst du damals keine nachbestellen. Aber du konntest hier damals zum Beispiel diesen Motor kannst du damals nachbestellen. Hier noch einen Motor, so einen alten Zugmotor. Dann hier zum Beispiel diese Plastikeinlageregale und sowas. Auch sehr cool. Hier vor allem diese Flaggen. Diese, diese LED-Dinger, da konnte man auch nachbestellen. Und meine Oma hatte erzählt, weil die hatten damals auch einen Spielwarenladen. Die hatten diese Sachen, hatten die alle, alle Teile, wo hier in dieser Liste sind. Hatten die alles an der Kasse stehen. Und wenn dann jemand in den Laden hat, laden und habt da diese Teile gefragt. Und die konnten das an dem Laden jetzt verkaufen. Also das war damals richtig cool. Leider hat Lego das ja leider jetzt nicht mehr, also doch, Lego hat es ja schon in dem Sinn noch. Aber, ähm, nicht mehr. Also die coolen Teile, also die alten coolen Teile. Aber, ähm, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr solche Videos vorhaben wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das ist maßenweise ein Video von 13 Minuten Länge. Aber, wenn es euch gefallen hat, ich habe 4 Sets euch vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und aktiviert gerne die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.